ich wünsche euch allen einen wunderschönen tag die junge diese mucke ich habe ich jedes mal auch die gleiche reaction von mir aber ich musste einfach so darauf reagieren oder losing streak mitnehmen einfach direkt für safeness keine chance relikte für euch und bumke ist ja gleich mittagspause chillig 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 ja wie gesagt mach mal pause vom lernen man muss auch mal gucken wissen wo seine grenzen sind man muss auch mal ein bisschen pausen sind wichtig beim lernen auch um dann quasi sich wieder zu erholen sich wieder konzentrieren zu können das ist ganz ganz wichtig ich spiele doch keine losing streak was spiele ich losing streak bin großer losing streak fan weil ich wurde als Bischof 5 übrigens eingerankt ne ich wurde eingerankt als Bischof 5 verdient viermal erster einmal dritter habe gestern noch eine runde gespielt deswegen wusste ich das schon als ich Bischof 5 eingerankt bin und die runde gestern habe ich auch gehören also eigentlich habe ich von den sechs runden neuen diesen habe ich fünf runden gewonnen von der neuen season und eine war ich dritter fast zweiter sogar das war ganz close hallo carly moin moin und hallo murphy hello hello everybody everybody so den habe ich mir schon gegönnt den brauche ich nicht den brauche ich auch nicht gibt jetzt gerade nicht so viele interessante sachen und für die candies warten wir immer noch auf rubbert aber 1400 candies sind schon ordentlich also ich habe noch nie über 1000 candies generell und das 1400 hatte ich logischerweise dann auch noch nie gestern abend die elfenrunde gesehen war sehr beeindruckend das war die mit marcy 3 carry und der PA oder auf youtube quasi die wo es sich so sehr gewünscht hat dass ich mal wieder marcy als carry spiel das war glaube ich die runde die war ziemlich stark ja ich glaube sogar gegen akir zeug habe ich da gewonnen dann geh direkt auf den rup dann hast du es für die season geschafft und kannst weiter random stretch spielen habe ich echt überlegt carly also ich habe gerade auch als ich die runde gestartet habe vorm stream ich habe gerade über eine bischof lobby gesucht aber da waren drei leute drin eine minute lang circa und dann dachte ich mich ja kein bock mehr zu warten um zu spielen ich habe den stream gestartet habe im bischof lobby reingegangen da war ich mit zwei anderen leuten drin eine minuten lang gewartet und ist nichts passiert und dann habe ich irgendwann gedacht okay ich gehe einfach normale suche rein scheiß drauf ich bin einfach zu ungeduldig marcy 3p3 und der most random den woker drop erzielt ja stimmt 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 der in dem woker drop war noch richtig random und lucky ich spiele 11 und bekomme einfach den woker drop wo ich eine runde so den panna drinne habe ja ist schon nice so geben wir mal ein random ding bitte fangen das item krachen lanze alter so ich will direkt mal die extra gold hier mir gönnen und damit kann und dann kann er auf level abgehen danach gibt es legendary assassins ich schwöre ich immer wenn ich assassins vor nachdenken ist keine guten legendary assassins ich weiß nicht ob ich jetzt assassins trocken sollte oder nicht wir haben seine gold schon mal bekommen er ultet gleich nochmal er ultet irgendeinen lohn weg der dann stirbt hä? wieso habe ich nichts bekommen dadurch was ist das denn für ein scam? ich habe gerade nichts bekommen durch die ult das war scam das war eindeutiger scam äh ich nehme mal sogar die mal kurz mit äh ich nehme mal sogar die mal kurz mit also wenn dann spiele ich die eh nur für priests ich kriege nochmal 3 extra gold das ist ganz nett und dann müssen wir gucken ob wir irgendwie schon auf 10 gold vielleicht gehen um die auch zu nutzen die extra gold die wir bekommen haben meine ersten runden waren echt hart gibt zu viele kronen loots hast du gegen so viele dings gespielt oder gegen so viele die letzte season queen waren oder king oder keine ahnung was es ist bitte verschwende meine lernpausen nicht mit einer assassin runde was hättest du denn gerne für eine runde blende? assassins habe ich aber lange nicht mehr gezockt eigentlich also in der neuen season habe ich doch keine einzige assassin runde gezockt glaube ich zum beispiel jetzt die letzten 6 runden wir hatten halt 1000 mal also wir hatten echt schon ne tausende nicht aber wir hatten glaube ich 2 arcvornarkierrunden schon in der neuen season hm 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 das ist natürlich auch interesting boah was machen wir denn jetzt Elfen haben auf jeden Fall wieder Bock ja aber ich habe schon sowas wie Puck und sowas liegen lassen vorher ne also eigentlich haben nur Druiden Bock aber klar das sind zwar Elfen aber ich weiß ob ich wieder Elfen zocken will Elfen hatten wir ja erst auch Mann es gibt halt nicht mehr so viele Coms die ich Late Game fühle irgendwie es gibt im Moment echt nicht so viele Coms die ich cool finde leider ich muss mir vielleicht 1,2 neue Coms angewöhnen die ich wieder mehr spiele dann vielleicht mal wieder so in Richtung Goblins doch mal wieder irgendwann mich drauf einlassen dass Goblinrunden irgendwie Sinn ergeben hm irgendwas mit Undeads Undeads nenne ich Undeads Demon Hunter Demon Hunter spiele ich auch extrem selten leider Pandas machen natürlich immer Spaß ich könnte auch die NG2 reinstellen aber so viel stärker als der Brewmaster ist die auch nicht und der Brewmaster gibt mir auch die Drop Chance aber ich glaube nächste Runde dann könnte ich auf Gold gehen wenn ich ihn lösche vielleicht muss ich mal gucken ähm Dark Gear wär drin ja die Frage was macht man mit Dark Gear denn Biest Monk hm weiß ich nicht auf jeden Fall will ich Late Game jetzt gehen habe ich mich jetzt entschieden glaube ich schon glaube ich habe mich entschieden dass ich Late Game gehen will also Assassin Rollen nicht wenn ich Rollstrap mache würde ich wirklich irgendwas mit Druiden Rollen machen schön 6er Biest oder 6er Humans das wäre doch was aber kein Stress ja Stress mache ich mir eh nicht Humans wäre eine Option tatsächlich das ist true wenn wir Dark Gear bekommen könnte man über Humans nachdenken die Frage ist wie switchen wir das auch nicht zu Humans ohne halt meine Comp schwächer zu machen Humans wird man halt immer schwächer erstmal eigentlich das will ich jetzt auch nicht unbedingt ich habe noch Click and Place drin weil ich ja wie gesagt gestern wieder wenn ich am Laptor zocke mache ich meistens Click and Place rein weil ich tue am Laptor immer so gammlich im Bett liegen und bin nur mit meiner Maus so dran und denke mit meiner Maus und chill einfach so hehehe Meepo wurde genervt Murphy Shadowfeed wurde gebufft wenn ich es nicht falsch wenn ich es richtig gesehen habe also ich denke das ist immer noch gleich stark ungefähr ich glaube die wollten Shadowfeed ein bisschen stärker machen einfach aber wollten Meepo Akir nicht wieder zu stark werden lassen deswegen haben sie glaube ich deswegen haben sie denke ich mal Meepo genervt also habe ich das verstanden wie gesagt aber ich denke ich spielen kann man das denke ich immer das ist halt immer noch also auch gerade mit solchen Lobbys kann man wahrscheinlich noch gewinnen aber ob man richtig guten Lobbys mit Meepo Akir gewinnt weiß ich nicht ich bin ein bisschen greedy auf Gold ich könnte halt ihn löschen, ihn löschen und die löschen aber dann lösche ich mein Potential um eine äh die schnelle Endstreit zu bekommen weil sich ein AKLD zieht mit Furion gibt die Chance auf und gibt meine Humans auf und das ist zusammen dann doch glaube ich nicht so smart Jo kannst du mal reingucken in die Patchnotes aber ich glaube Meepo wurde genervt und Shadowfiend gebufft ja der Bounty macht schon ganz gute Arbeit ja der Bounty macht schon ganz gute Arbeit den muss man ihn mal lassen der bekommt nur so langsam Mana irgendwie er hat immer die Ult schon ready aber Ult noch nicht trotzdem 2k Damage mehr als Letzt 4 aber gut er auch ersessen darf die kriegen hier nachher nochmal Fett Gold ok jetzt müssen wir auch vernünftig sein Leute wir müssen ihn hier machen für 30 Gold glatt dann verlieren wir nur den wir hätten jetzt hier einen Human und so aber wir gucken erstmal ob wir Dark Gear bekommen schauen wir erstmal ob Dark Gear überhaupt in die Ecke kommt ich hätte immer Bock auf Schamanen momentan also wenn Schamanen irgendwie möglich sind werde ich es probieren aber ohne Disruptor ist halt Schamanen echt nur halb so geil ich habe auf die Relikte gar nicht geachtet was es gibt ehrlich gesagt oh do not run too fast for I will but be speak by Grave and die ich glaube ich nehme die Trieb-Shooter mit to be honest wir versuchen einfach gleich schon High-Tier-Units zu ziehen wir probieren uns einfach gleich schon an Early High-Tier-Units setzte Call vielleicht schaffen wir Level 8 dann haben wir Level 9 Chancen schon aber gut dann wenn wir das ist ja wohl 19 oder 20 erst wenn wir Level 8 sind ich frage ob es sich da noch lohnt zu rollen ok drei Unrings sind noch drin Knights, Pawns, Knights also müssen eigentlich gewinnen die Runde sonst wird Zart High-Tier also sowas wie Tide genau genau mir war viel richtig jetzt schauen wir mal das Böse ich hasse Anti-Mages ne Anti-Mages sind so wirklich der Schmutz der Gesellschaft vielleicht macht das Morph sogar braucht 1,2 gute Crids halt komm du Crids doch gar nicht Junge Morphling ist so lost Hallo Jan Moin Moin Warte just the cutest Warte just the cutest In green I go On my way I don't miss Thanks 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 So ein Patrick Witz True That's the true Eat me Hey Ach Leute Mann Ich will endlich wieder Kisten öffnen Ich bin so greedy Aber ich werde mich so aufregen wenn ich jetzt ganze ganze 1400 Euro Kistenbutter nix bekomme und nachher sind die Oma rabattiert in zwei Tagen oder so Eigentlich habe ich jetzt gerade auch neue Kuriere und so Sachen wo ich mir angucken kann LOL Wie stark sind denn die Leute schon? Ach ne ich bekomme nicht mal den down weil er gehealt wird von Winterweibung Doch Seinfeld lief es irgendwie besser Überlastend Uhhh die Golaguna Ohhhh die Golaguna Marci Marci beaucoup Kuh Warum nehmen wir die Drop Chance noch mit und den Monk Buff Ist ja so krass wenn der dauerhaft die 3 Gold bringen würde Aber das ist ja zu OP Na gut der hat profitiert halt von dem Range Buff hier nicht ne Aber ich will mal einfach die ganzen Attack Sachen geben Der ist Level 2 Hat Elfen Buff Wow jetzt spiele ich in der Runde gegen den Typen wo es mir egal sein könnte ob ich ein gutes Team habe oder nicht Das Problem ist halt das in Runde Runde 10 bis 20 Elite Recruiter eigentlich recht nutzlos ist Vielleicht hätten wir einfach das Random Relic nehmen sollen Aber uns hätte halt nur wirklich Mango Trio und Great Vault gewonnen Ich hatte echt Angst dass halt so Shroud Also Shroud wäre echt schlecht gewesen Und ich hatte echt Angst davor dass Shroud kommt wenn ich Random Relic nehme Das war Spooky boah Junge ich bin halt echt am überlegen ob wir einfach so random Ob wir so random versuchen einmal die Nagas zu spielen Einfach mal eine Runde Random 6er Nagas probieren Ich bin mir einfach am angucken was die machen Aber ich weiß noch nicht mal ob ich gegen irgendwas spiele wo das Also gegen die das Sinn ergibt Hallo Obi moin moin Ich glaube wenn dann sammle ich die aber erst im Late Ist der Kriegerboy Hier für den auf jeden Fall Aber mit Mango Trio und mir ganz gut darstehen Wir haben relativ häufig gewonnen verloren gewonnen verloren So hintereinander glaube ich Oh komm komm lass wenigstens ihn sterben Oh jetzt habe ich noch hoffentlich noch einen zweiten mit erholt Ah das war der Alter Physische Resistance ganz gut Hallo Lantern moin moin wie gehts Äh joa Mir gehts eigentlich Würde ich sagen gut soweit Ich muss kurz den Zwischen-Rollerig machen Leute das bringt nix Ich bin ein bisschen müde muss ich zugeben Aber ich habe auch Mittag gegessen erst Also ich weiß wir haben erst 12 und ich habe irgendwie schon um 11 Mittag gegessen oder so Aber ich habe ein bisschen so Ich bin ja immer so ein Morgenmensch Und dann ab 12 Uhr 13 Uhr habe ich so mein Mittagstief Und dann bin ich wieder fit so ab Ja wieviel Uhr bin ich wieder fit Ich würde sagen ich bin meistens wieder so ab 14 Uhr wenn ich wieder richtig fit Und ich habe gerade so mein Mittagstief so ein bisschen Aber ich wollte heute unbedingt so einen Mittagstreet machen Deswegen fange ich jetzt an und hatte nicht morgens angefangen und fand vor bis mittags halt zu streamen Boah da muss ich random nehmen das ist ja nur Much wirklich Ja und dann kommt der Scheiß Jo bis gleich Boom Keks Bis gleich Warte mal das noch ein Elf Ich habe das vergessen Sollen wir echt eine Elfenrunde jetzt einfach spielen Ohne Witz wir können wirklich eine Elfenrunde jetzt einfach spielen Wenn ich mir das jetzt so anschaue Mars ist halt auch schon echt gut gekommen Der Triant ist kurz davor Wir können hoffentlich ziehen wir eine Elf mit Elite Recruiter Das wäre ganz nice Was Meine Meinung zum Rennen gestern Ähm Also gestern Keine Ahnung Formel 1 ist ein schwieriges Thema für Ihnen das jetzt nicht Aber Formel 1 war gestern krasses Rennen auf jeden Fall Ich habe eben die ersten 20 Runden gesehen Ähm Hat in meiner Familie mich getroffen und so Deswegen konnte ich nur die ersten 20 Runden sehen Habe dann den Rest halt in den Highlights quasi angeschaut Aber gerade also auch der Anfang war schon krank Und gerade das Ende auch war ein richtig fettes krasses Racing auf jeden Fall Also war auf jeden Fall ein cooles Rennen gestern Also das ist wahrscheinlich das beste Rennen der Saison bisher Letzt aber generell letzte Formel 1 Saison und diese sind irgendwie geil Also ich habe die letzten davor die ganzen Saisons Habe ich teilweise auch nicht mehr richtig geschaut Und so weil die übel langweilig waren Aber letztes Jahr und dieses Jahr also muss man echt sagen Sind es geile Rennen dabei viele Boah doppelt Snapbater So ein LD wäre halt echt ein Träumchen Und Doom könnte man wirklich gebrauchen dann später Ich lehne den mal kurz mit Ich weiß nicht ob ich 9er Elfen spielen will Wobei es gibt Invoker zumindest Also man könnte es schon machen Es gibt zu viele Elfen wieder jetzt Nachdem Invoker back ist und ähm Phantom back ist Windranger, Invoker und dann Ein Anti-Mage noch oder so random Keine Ahnung Silverstone ist auch einfach cool Die ganze Dubai und Baku Noch brauche ich nicht Ich muss sagen Silverstone ist auch echt eine geile Strecke Wo waren da noch einige Überholmanöver und sowas am Start Weil also ansonsten hast du immer so Ich diese Strecken Also gerade diese ganzen Stadtrennen Auch wenn es teilweise auch so Klassische Strecken sind Dann diese ganze Stadtrennen Finde ich immer lame Weil man fast nicht überholen kann Ich liebe es wenn viele Überholmanöver sind Hallo Ricardo Moin Moin Aber wie gesagt Auf jeden Fall ein sehr sehr nices Rennen Wir gucken mal Dass wir uns jetzt eine Marcy Auf Level 3 durchballern Dann haben wir auf jeden Fall schon mal Einen guten Carry für die Runde Ihr könnt noch mehrere Level 3 wirklich reinbekommen Ich glaube ich verzichte auf den Blumen doch nochmal Pack kommen sie auch in eine gute Richtung Wenn ich einen Pack noch einen Degen drauf bekomme Wobei dann müssen wir es trotzdem Marcy eigentlich geben später Ich bin kein großer Freund von Blinkdagger mehr Vor allem in der kommt nicht Für den Invokos 2 später wäre ein Blinkdagger ganz cool Aber ansonsten brauche ich es bei keinem Elfen zwingt Man könnte es vielleicht noch den Furion geben Schauen wir mal Ich führe noch eine Elfen mit Wizards mehr Du hast ja die Möglichkeit auf 6er Naga zu wechseln durch die Wizards Ja Ich bin leider noch nie so ein riesiger Dings Fan gewesen hier Generell von Hab ich nicht schon ausgegeben gegeben? Ich bin noch nie so ein riesiger Fan von Wizards Sachen gewesen Ich spiele die zwar ab und zu mal weil die einfach stark sind Auch wenn ich sie brauche und so Oder halt mit Schamanen mal Oder keine Ahnung was Oder mit Mages oder sowas auch früher viel Aber ein riesiger Fan davon war ich nie Aber klar ist es wahrscheinlich mehr Meta als jetzt so zu spielen Ich liebe aber immer diese straighte Coms finde ich irgendwie cool Ohne Wizards reinzustellen Weil ich finde die Wizards auch einfach nicht cooler als Units Der einzige den ich gefeiert habe war Grimstroke eine Zeit lang Aber die Zeit ist irgendwie auch vorbei Eine Mage-Runde könnten wir nachher auch mal probieren vielleicht Und wieso kommt jetzt der die so krass auf einmal an Da können wir nachher noch Beast dann reinstellen hier dazu Wie wäre es mit 6er Wie wäre es mit Beast 6er Mage 6er, 11, 4er Beast wäre es doch bestimmt eine Option oder auch Mit Pangolia und Monkey King noch Ich brauche einen Triant und einen Fugion Oh da kommt die Monete Wo die Monete Gibt es Monopoly Contract die Runde? Ne Ein paar Level 3er werden ja recht gut kommen dabei T.A. gab es nicht Ne Wenn Wokar gäbe es So jetzt noch kurz versuchen erstmal die 2 auf jeden Fall fähig zu bekommen Hier Lass kurz ein paar Level 3er durchballern Dann Level Up 2 Level gehen und die 2 Beast hier reinstellen Die Boys hier Und dann gucken wir dann bis dahin sind wir wahrscheinlich schon extrem Late Game und viel mehr bekommen wir wahrscheinlich eh nicht mehr die Runde hin Wie gesagt Wäre auf jeden Fall gut die Marcy durchzubekommen Viermal Wir haben auf jeden Fall schon Platz Wenn früher noch kommt dann haben wir gut Platz Huck ist schon richtig weit fortgeschritten hätte ich gar nicht gedacht Auf jeden Fall Hier Auf jeden Fall Auf jeden Fall Da war's Auf jeden Fall Auf jeden Fall Auf jeden Fall Für Marcy am ehesten, oder? Vielleicht Push, also, Mann, Marcy 3 wär's halt. Drei Marcis brauch ich dafür, das geht echt klar, das hält sich echt in Grenzen. Dann hab ich einen guten Carry. L.D. 3 ist halt auch fast fertig da, mit einem L.D. habe ich L.D. 3 und für Puck im Zweifel kann man's natürlich auch nutzen. Dieses Click and Place Gameplay, Alter, was ich mir gerade angeboten habe, ist gar nicht gut. Ich bin gerade schon relativ stark, das freut mich. Ich glaube, ich chill jetzt aber in einem Ründchen, also ich ziehe irgendwas, dass ich Platz struggle habe, sonst chill ich glaube ich eine Runde. Ich glaube, ich rollen Runde 23 erst wieder, weil dass ich jetzt zwei Pucks hinbekomme, zu ziehen, glaube ich nicht. Ja, wobei, ich könnte halt die, ich könnte die Miran auch ziehen. Ich glaube, die kommt mit Monkey King, vielleicht brauche ich die Ench gar nicht, die kommt mit Monkey King, ist dann wahrscheinlich besser, besser wegen Monk Bug für die Marcy. Aber ich brauche es auf jeden Fall nochmal, um den L.D. nach auf 2 zu leveln. Hey, Joe Orton, mein Moin. Ah ja, Bischof V hätte er mit Porn, hätte er mit, warte, hätte er mit, wahrscheinlich eher, oder? Mit Porn V gerechnet. Ja, Mann. Ne, ich finde es schon verdient. Ich habe jetzt 6 Runden in die neue Season gespielt und ich war 5 mal Erster davon und einmal Dritter. Also ist schon in Ordnung, glaube ich, dass ich Bischof V bin. Ich müsste jetzt nur halt vernünftig eigentlich sein und geduldig bleiben und halt Bischof Lobby spielen. Das wäre halt schlau. Um schnell, die neue Season, schnell einfach jetzt den Hook abzuschließen und danach chillen zu können. Das wäre halt der smarte Gameplay, aber leider bin ich kein so ein smarter Mensch. Das ist mein Struggle, in dem ich mich befinde. Okay, Boys, ich will kurz die Marcy fertig ziehen und danach können wir uns auf Level abkonzentrieren. Ich brauche drei Marcis insgesamt. Interessiert mich nicht. Okay, da ist Puck. Da kommt nochmal der Monkey King schonmal. Das wird es natürlich alles. Junge, wieso kommt Monkey King jetzt so schnell? Meine Monkey King ist trotzdem stark. Aber die Frage ist, wie schnell schaffe ich das Level überhaupt, dass ich überhaupt in Richtung Level abkomme. Da bin ich ja extrem weit weg von jetzt leider. Die Endscher hätte ich einfach nur auf 2 lassen sollen. Die hätte ich nicht auf Level 4 leveln sollen. Das war ein bisschen wasted. Weil ich die jetzt doch nicht benutzen werde. Aber ich dachte vorher noch, ich werde die benutzen. Wir brauchen unbedingt die Marcy auf 3, dafür kein Weg dran vorbei, Leute. Wir brauchen sie unbedingt. Die ist der absolute Carry und dann den Monk irgendwie noch rein und den LD für Beasts. Wir bekommen natürlich nochmal ein bisschen mehr Gold durch die March of Beasts Dinger, wenn wir die gleich holen mit March of Beasts. Aber das müssen wir natürlich auch erstmal holen. Ich höre deg Lungen, r DOT und regardless CO? Danke9999999999 umf. Dass scheieren Schade, dass Marsi jetzt am Schluss echt keinen Bock mehr hatte. Ich schaffe auch kein Level ab, glaube ich. Also kein King. Der King wird schwierig. Fuck ist geil mit Crown jetzt. Er macht schon echt übel Damage. Gerade gegen so Warrior kriegt er halt schön. Er ist halt gerade Permastunt. Hat einfach mehr Schaden als die Marsi. Obwohl er nicht mehr gerollt hat die letzten 20 Sekunden. Wir sollen echt überlegen, falls wir 20 Gold zusammen bekommen. Aber ich glaube, das reicht nur für 18 Gold oder so. Ja, das wird nicht für 20 reichen. Meint ihr, wir gewinnen Runde 25 mit dem Team? Ich glaube, es ist sicherlich. jetzt müssen wir aber selbst damit dass man setzt auch wirklich selbst gewinnen wir gehen jetzt auf dem level haben versuchen die zwei noch einzustellen dann guck mal wie wir da stehen überhaupt weil viel viel länger so extrem viel länger die runde gar nicht mehr gehen dass ich noch zwei level erst mal haben wir den beast buff und haben noch den dings versuche mir noch eine ld auf 3 zu leveln aber so weit passt das team wenn wir das gewinn bekommen mit zwölf gold von marcy ist ein bisschen dunkel blinkt leider und die ist trotzdem schön tanky das haben wir allerdings auf maß hier wenn wir uns die crown runterholen hier von dem anderen wollen jetzt bessere items nee lohn hello miteinander ihr geht raus vielen dank für den vierten monat lieben chat danke für den support boys haut mal ein bisschen lieber in chat rein vielen vielen dank ehre danke dir auch mal ein bisschen auch mal ein bisschen Das sieht doch nach einem Team aus mit dem man was reißen kann hier würde ich behaupten. Marcy Sly die random von den Items wobei sie zumindest Battlefury hat. Ich weiß nicht wie stark Marcy Battlefury ist ob das was kann. Aber sie ist Nahkämpferin und macht viele Angriffe also dürfte das eigentlich ganz okay sein. Vielleicht wäre es auf Phantom besser wenn sie auf 3 wäre aber Phantom ist sie eher auf 2 und nicht auf 3 gehen deswegen hat sich das auch erledigt. Im Endeffekt sparen wir jetzt noch, wir können noch ein bisschen auf die Aufstellung überlegen ob wir ein bisschen mehr so einen Split machen wollen. Ist es so sinnvoll so ein bisschen gesplittet einer mit sich ja weil manchmal spawnen die Gegner hier dann kann Monkey auch schon drüber tauben wenn der hier spawnen muss erstmal hier irgendwo vorlaufen. Ich glaube ich würde die noch hier drüben mit haben den Pack dann. Das ist sowas so. Hallo Svenis moin moin das neue Item ist nicht besonders. Das kann nur ähm hier gibt halt für 150 range auf die Unit also Fernkampf Unit. Units. Oder hat Marcy auch davon mehr Range? Wahrscheinlich nicht weil die Schneiderkämpferin das bringt ihr wahrscheinlich nichts. Und halt natürlich das was halt drin ist noch also die 2 Items halt die Attack Speed plus so. Warte mal gibt es. Ne genau es gibt genau die Einzelfähigkeiten von Oga Axe und von Corner Staffs und halt plus diese Attack Range noch. Also nichts besonderes. Man sieht doch den Damage von Battlefury. Weiß ich nicht. Also du meinst wahrscheinlich den physischen Schaden aber das ist ja nicht nur Battlefury Damage oder? Oder kann ich irgendwo den einzelnen Damage vom Cleave Damage, den kann ich irgendwo nachschauen was die, was diese 3% Cleave Damage wo die herkommen quasi. Gerne Svenis. Es geht mir ja darum ähm was quasi diese ja dieser Cleave Damage also also der Flächenschaden. Wie viel Flächenschaden das auf Marcy wieviel da bringt dieser zusätzliche Flächenschaden. Aber das kann man glaube ich nicht einzeln nachschauen soweit ich weiß. Weil das wird ja nicht alles diese ganze rote Balken würde es nicht sein. Das kommt der normale physische Schaden der dazu noch kommt. Battlefury macht doch kein Pure Damage oder? Ist es der Pure Damage? Aber hier steht doch nirgends dass Battlefury Pure Damage macht. Aber gut irgendwo muss ja Dings. Ist Cleave Damage Pure Damage einfach? Aber ich habe gerade gar kein Pure Damage bekommen bei Marcy. Ich habe gerade 3600 Schaden hat aber gar kein Pure Damage gemacht. Aber wo kam denn gerade der Pure Damage her, den die gemacht hat? Pure ist Monk. Ja, vielleicht ist Pure auch der Monk. Das kann natürlich auch sein. Ich habe auch gesagt dass Cleave normal physischer Schaden ist ja. Monk Bonus kann es sein. Hallo Protox übrigens. Moin Moin. Eigentlich auch eher dass es der Monk Buff dann ist. Weil ich glaube dass es ganz normal physischer Schaden ist. Weil niemand im Cleave stand. Der Politiker. Werden sagt maybe. Hm. Aber er ist hier glaube ich auch gerade nicht gemonkt. Müssen wir mal schauen. Gleich. Im Monkey Kim den Nächst auch mal Pure, das wissen wir es. Ja. Hat die gerade wen weg gemonkt wirklich? Ja jetzt macht sie auch Pure Damage obwohl sie noch nicht monken kann. Wahrscheinlich ist es wirklich Pure Damage. Weil sie ja gerade von Anfang an hat sie Pure Damage gedrückt. Bevor sie überhaupt was wegmogen hätte können. Haaa. Jetzt macht sie genau auch immer wie die einfach von jedem 50% gedrückt hat. Oder was 50% also über ein Drittel quasi. Ein Drittel hat sie mit Magic Schaden, mit Füßenschaden und Drittel mit dem gedrückt. Sehr nice. Jetzt hätte ich schon gerne für den Pack trotzdem noch hier gleich einen Dengen. Oder würde sich der Dengen trotzdem auf Marsi mehr lohnen. Aber ich kann es eh nicht. Ich kann nicht zwei mal runter nehmen. Also wenn dann müsste ich es eh dem Pack geben. Warte mal ein bisschen kurz vor Dingens hier oder? Wenn ich hier einen Vitality Booster bekomme. Könnten wir nochmal ein schönes Mantar Style auf hier drauf ballern. Das wäre auch ganz cool. Wann geht jemand ultierst du eigentlich mal? Dankeschön. Wann ist das? Wann haben Sie schon die Redaktionen? Okay. Aber nein. Wann. Ich kann auch mal die Glocke klämpfe auf. Und bin ich dabei. Und wie sehen Sie sind? muss das kurz drüber nachdenken was ich hier bauen bleibt habe ich gar nicht auf dem schirm gab es eine ganz gute kombi hätten wir noch den ding weglassen sollen den blink dagger stattdessen halt die maulmaske mehr live schon noch wichtig ist vor allem hat der live und die 3.000 leben der glatt mir macht schon spaß ich glaube aber das haben beide bin ja schon nicht schlecht ist ein ganz gutes movement für sie das gibt ihr ganz gut movement dazu ich gehe mir trotzdem noch auf neuner mage ist leute ganz late technisch mit ganzen leben gehen lassen wir manchen drin für morgens dazu habe ich ja eigentlich dann später darüber nachdenken ob wir da irgendwas gleich spielen wollen davon 16k damage und coole items ja das ist jetzt die frage wahrscheinlich ist trotzdem great vault viel mehr kohle der great vault ist safe mehr kohle als das wir können überlegen ob wir in runde 35 halt versuchen gegen zwei dragons zu fighten für mehr items wieder wir haben echt schon richtig viele items gesammelt eh gewinnen wir gegen zwei dragons oder gewinnen wir da eher nicht dagegen wir können ja level up noch gehen und beast stellen gehen die zwei dragons dann ich bin das ganz gut mit dem gleiten ja ja wahrscheinlich ja aber ich mach die ganze zeit kein pure damage safe ist das hat die lantern recht gehabt weil sie hat nur gegen einen die ganze zeit gekämpft also safe macht ja tief damage und pure damage könnte den vielleicht kehren wenn ich meine streak halte der golf wieder größer als ein item ja wahrscheinlich dann können wir es ja in runde 30 weil wir gewinnen niemals das ding ist auch wieder runde 30 würden niemals gewinnen glaube ich damit aber wir könnten das wählen sobald runde 30 gestartet hat es dann über zwei neue relics bekommen frage ist geht es bis runde 30 überhaupt ne ja so rund 40 was glaube ich rund 30 und 40 meine ich ich weiß auch nicht wie lange ich mir das leisten kann vielleicht kann ich mir das gleich gar nicht so lange leisten wenn ich jetzt einfach auf die schnauze bekommen gleich weil ich noch nicht stark sein kann ich mich nicht leisten bis bis runde so lange zu warten ja für gamme mit mit dem item ist mehr fangen aber so level level 10 schaffen noch wäre schon cool mit dem mit den elfen dann gleich und da helfen wir schon wieder strong also wo ist denn die mars die wird die verwandelt ja mars ist der arg worden hier was das ist denn das game wo es fing aber viele raus ich weiß nicht was mit der rüstung noch anfangen soll oh lol überhaupt nicht auf dem schirm gehabt guck mal schön dass man das ding ist auch geschrieben Murphy gerade aber ich kenne die neuen items immer noch gar nicht so richtig manchmal in der mero bin ich zu weit weg von aber die dis ist auch nicht so weit glaube ich gleich bin ich level aber automatisch nächste runde das mal gibt übelst den block also die ich bekomme fast nicht mehr schaden sobald also wenn es aktiviert bekommt die kaum mehr schaden gefühlt genau ich bin nicht durchgelesen jetzt aber sehr macht die sehr tanky die unit das ding macht unbesiegbar kurz ich bin halt echt doch gar nicht am struggle also wir können auch bis heute auf jeden fall great vault halten ich glaube halt die runde wird dann gleich leider viel zu schnell vorbei sein zwei level und 311 noch ziehen wird schon hart muss ich in vorka ziehen kann ich nur los da spielen ich brauche windranger kann ich spielen ich könnte an die mit windranger und luna spielen ist ohne invoker wird es theoretisch schon auch gehen ich hab Bock mehr items zu nehmen leute ich bin übrigens zu viel aber ich kann die ja wieder löschen die item kombi macht auf jeden fall übel spaß auf der marcy gerade und ich werde dem letzten jetzt hatten wir so eine krasse maßen jetzt haben wir schon wieder so eine und gemacht ja komm ich würde denken auch richtig juicy gewesen wäre warum wir nicht drüber reden aber dann mache ich lieber ihn noch dazu so meine liebe marcy haben wir viel so dieses dieser diesen stun auch quasi hier ne wir haben hier zwei einzeln die rods und hier haben wir den gleiten hier komplett bis dann gefühlt sein ganzes sein sein ganzes leben weg der krieger vernichte und dann schüttelt er hinten mit block rum ach man die runde wird viel zu schnell vorbei sein aber ich sehe es nicht einfach nur zu stellen nacharbeiten wird er noch stärker als ich oder so ich werde trotzdem durchziehen also noch eine runde überlebt könnten wir versuchen level rein zu pushen und dann drei elfen zu ziehen oder der wird deshalb reingelebelt sein weil ich überlebt er noch mal ein bisschen mehr gestellt noch wenn er jetzt nicht stirbt dann gehen wir level 10 und versuchen noch neuner elfen zu rein zu packen dann müssen wir nur auf diese ganzen low elfen achten also antimatch übrigens wir können auch einfach warlocks dazu stellen das wäre auch übel strong also einfach zwei solche jungs wäre auch stark guck mal wie er überlebt er das erstmal ein bisschen was muss er schon daumen bekommen damit er das überlebt das kann knapp werden ich habe kommt auch nichts mehr da und ich glaube das war es eh schon nochmal der spawn ja ok ja level 10 war ich aber vielleicht die elfen gezogen da wäre der noch gewesen viele elfen habe ich nicht mehr gesehen aber eine fette Marsi auf jeden fall leute wir sind schon bis auf 6 sogar an youtube zu schauen lasst gerne ein like dafür diese schöne Marsi und ich bedanke mich fürs Zuschauen bis zum nächsten mal also aufs rein